Hey Leute, willkommen zurück zum Let's Adventure, Let's Play Adventure Maps oder wie auch immer man dieses Projekt nennen kann. Das letzte Mal hatten wir ja die ziemlich epische Adventure Map, The Dropper. Was heißt ziemlich episch, ich habe sie in jedem Satz bis in den Himmel gelobt. Und jetzt haben wir seinen Nachfolger, wo wir vorhin schon mal reingesehen haben, ganz kurz. Und jetzt möchte ich diese Map tatsächlich machen. Sie nennt sich A Fly in the House und so wie es aussieht, ist unsere Mission tatsächlich MyCardfahren. Ich weiß nicht genau, was mich hier erwartet, aber Adventure Maps können sehr vielseitig sein. Es können Jump'n'Run Adventure Maps sein, es können Rätsel Adventure Maps sein. Es können aber auch nur Adventure Maps sein, in denen man einfach rumläuft und total erstaunt ist, wie fucking episch sie doch gebaut ist. Und ich denke, diese Adventure Map wird eine von diesen sein. In this Map, you are a fly, okay? Okay, you must use a Fly in the House special texture pack. Habe ich schon drin, wie man hier sieht, denn sonst würden die Bilder ja nicht so aussehen, wie sie momentan aussehen. Settings bright, okay, ähm, bright. Render Distance, Fahr habe ich drin. Sit in the Minecart, ein Push Deliver. Serious? Ach krass, der hat die Schienen nicht. Ist ja geil. Das gefällt mir jetzt schon wieder, da hat er wieder mitgedacht. Da hat er die Schienen rausgehauen und, oh Gott, okay. Okay, ich denke, wir sind echt eine coole Fliege und los geht's. Geil, Alter. Hat er aus. Ist das cool. Natürlich ein bisschen mies jetzt wegen den neuen Soundeffekten, weil das jetzt echt komisch sich anhört. Aber ansonsten, ey, krass, wir machen mal eine Sache, wir machen den Sound aus. Guck mal, so wäre es jetzt Minecraft normalerweise. Und krass, jetzt fliegen wir über das Waschbecken. Und ich kann schon verstehen, warum der sein eigenes Texture Pack haben will. Geil, geil, geil. Jetzt sind wir über der Kochstelle. Da sieht man so ganz leicht die Umrisse von unserem Minecart. Aber da kann er nichts für. Da sind wir am Kühlschrank vorbei. Natürlich mit dem Kalender dran. Die Riesenhaustür, da würde ich gerne mal durchs Schlüsselloch durch. Boah, hey, das ist so geil gemacht wieder. Ein Aquarium. Wir fliegen einfach so weiter. Hier sind wir bei einem Stuhl angekommen. Und bei einem Esstisch. Durch den kann man leider durch den Boden durchsehen. Weil das Ganze nicht schnell genug generiert wird. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Was haben wir hier noch? Außer mich ohne Stimme. Ich bin immer noch nicht ganz gesund, deswegen trage ich auch eine Mütze. Okay, das ist keine Begründung, aber trotzdem. Dann haben wir hier auch eine Minecraft-Welt. Guck mal, da hinten. Oh, schön. Huch. Durchschlüsselloch hindurch, ey. Geile Scheiße. Wie krass ist das denn? Und wir sind im nächsten Raum, der sich leider nicht ganz generiert. Wir warten mal ganz kurz und lassen den generieren. Das ist so krass gemacht. Ich hätte ja auch übelst Bock, mal eine Jump'n'Run-Adventure zu bauen, wo tatsächlich in so einem großen Gebäude stattfindet. Allerdings wäre das langweilig, wenn man zum Beispiel hier unten, man sieht glaube ich mal einen Mauszeiger, also unten links, wenn man da zum Beispiel sich bewegen würde und dann hier von Tür zu Tür springen würde und dann noch Bilder drauf und so. Aber das ist alles so groß, das ist irgendwann auch langweilig. Deswegen habe ich sowas noch nicht gebaut. Aber diese Idee, der Map, ist ja mal echt episch. Jetzt sind wir wahrscheinlich in der Küche angekommen, oder? Ne, im Wohnzimmer, genau. Mit Bildern an der Wand. Und es ist echt schade, dass sich das alles so langsam generiert. Da kann da natürlich nichts für. Ich habe auch gerade die Map aus einem älteren Minecraft tatsächlich hierher konvertieren müssen. Das heißt, wahrscheinlich hat das zu einer Zeit gebaut, als Minecraft noch schnell war. Oh, und wieder durchs Schlüsselloch, ey. Geil. So krass, wo sind wir jetzt? Im Klo angekommen. Ja, das mögen die Fliegen ja besonders. Okay, hier haben wir das Handtuch. Oh, wie geteilgetreu, ey. Okay, unendlich geil. Allein hier schon wieder einmal kurz pausieren. Guckt euch das an, wie genial das gemacht ist. Krass. Abzug. Das weiß ich, sieht man da irgendwie raus in den Garten oder sowas. Sehen wir jetzt leider nicht. Hier ist die Dusche. Badschrank. Sogar das Wasser haben sie laufen lassen. Cool wäre, wenn jetzt hier noch Wasser reinlaufen würde. Aber das ist schlecht realisierbar. Da haben wir den, auch der ist es sehr schön gemacht. Die Heizung. Der Heizofen. Klopapier. Fast. Und natürlich auch die Toilette mit getreuem. Ey, ist das klasse. Ist das klasse. Ich habe längst vergessen, dass wir uns in einem Minecraft-Fort bewegen. Das ist einfach zu episch. Huch, wo sind wir hier? Vielleicht für die Katze oder sowas, dass sie durchkommt. Könnte ich mir zumindest jetzt mal so vorstellen. Was haben wir noch dazu? Okay, ganz viele Fledermäuse. Ist natürlich klar, für die neueste Version ist die Map ein bisschen komisch. Okay. Was haben wir jetzt hier? Ist das das Sofa? Ja, da hinten haben wir den Flatscreen. Was haben wir so da liegen? Kalender und Fernbedienung auch. Ey, ist die schön gemacht. Gut, da sehen wir aus dem Fenster raus. Da haben wir wieder einen Heizkörper. Der sieht genauso aus wie der im Bad. Uh, und wir fliegen hier mit den Fledermäusen rum. Das ist eigentlich, das ist gar nicht mal so uncool, mit den Fledermäusen rumzufliegen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es in den Raum da hoch geht. Komm schon, flieg da hoch. Och Mann, wo geht's denn jetzt hin? In dem Raum waren wir auch noch gar nicht. Lass mal gucken hier. Okay, ein offener Kleiderschrank. Ist ja cool, ey. Das sieht so toll aus. Sogar mit den Sachen aufgehängt, ey. Eine Liebe fürs Detail, wie im letzten Part. Natürlich da den Controller. Fettes Radio. Radio. Hier haben wir den alten Bildschirm. Da haben wir den PC. Ja, krass. Jetzt fliegen wir wahrscheinlich gerade über das Bett. Da haben wir wieder die Glasscheibe natürlich. Fahnen. Ein Regal mit ganz verschiedenen Sachen drin. Bücher übereinander gestapelt. Hey, guckt euch das an. Wie geil ist das denn mit den Büchern gemacht? Krass. Was haben wir hier? Ästhetischlampe. Natürlich. Der Bildschirm mit Portalen. Hör. Das finde ich, äh, gefährlich. Ähm. Hallo? Okay. Hallo. Ähm, serious? Okay, ich denke, wir müssen ein kleines bisschen nachhelfen. Zack. Indem wir einfach mal. Hm. Indem wir einfach mal hingehen. Und hier mal kurzfristig rausfliegen. Ah. Endlich. Okay. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es haben wollte. Ich werde jetzt mal schnell das Texture Pack ändern müssen. Auch natürlich sehr spannend. Denn jetzt sehen wir mal, wie das Ganze so hinter den Kulissen, in Anführungszeichen, aussieht. Gehen wir mal aus Defaults Texture Pack. Okay. Wo sind bitte deine Schienen? Ach, über uns. Ah. So sieht das also aus. Also ist wahrscheinlich gedacht, dass wir hier in Nether reingehen. Hm. Ist natürlich ein bisschen jetzt blöd. Na gut, dann bauen wir jetzt eben hier ein Nether-Portal. Und hoffen, dass wir irgendwo in die Nähe kommen, von dem, wo er uns eigentlich hinhaben wollte. Tja, das ist das, wenn man Maps nicht updatet und die dann in anderen Versionen gespielt werden. Ich kenne das ja von meiner eigenen Maps selber. Dass, wenn ich, was weiß ich, dass zum Beispiel auch die ganzen Fahrstühle und so weiter einfach nicht mehr funktionieren. Ich meine, wie denn auch, wenn sie nicht geupdatet werden. Und das Problem haben wir jetzt hier leider auch. Finde ich ein bisschen schade. Weil der Flug bis jetzt war echt atemberaubend. Dum, 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 dum. Dum, dum. Okay, wir sehen wie nichts. Ah ne, halt, 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 stopp. Okay. Ähm. Wo geht hier die Minecraft-Strecke weiter? Oder vielleicht ist es auch schon zu Ende. Ich weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch nicht zu Ende ist. Weil es lag gerade auch ein bisschen beim Laden. Aber dieses Portal habe ich nicht ich hier gebaut. Das heißt, es ist wahrscheinlich schlichtweg zu Ende jetzt. War es das echt schon? Dann fliegen wir ein bisschen rum, aber es sieht so ein bisschen für mich aus. Ja. Das war es. Hier gibt es nichts mehr. Okay, sehr cool. Dann gehen wir jetzt noch einmal zurück. Diese Map ist zwar sehr kurz jetzt gewesen. Und ich habe jetzt eigentlich in dem Sinne jetzt nichts gemacht, außer rumgefahren. Aber ich bin trotzdem schwer begeistert davon. Oh Mann, hey. Das ist so cool. Minecraft Mini-Art hier. Es gibt ja auch Survival-Maps und sowas, die da drauf basieren. Und sowas finde ich so klasse. Also wenn ich nicht schon eine bessere Idee für meine nächste Adventure-Map hätte, ne? Dann würde ich sowas machen. Weil sowas ist einfach cool. Das ist nur sehr, sehr viel Abtraktionsarbeit. Man muss eigentlich ein recht großer Künstler sein, um sowas zu machen. Weil. Oh Mann, ist das genial, hey. Mann, Mann, ist das genial, dieses Bild. Weil man natürlich hingehen muss, alles in riesengroßen nachbauen. Aber zum Beispiel als Survival-Map, so dass man dann noch hier jetzt Jump'n'Run-Passagen drin hat, beziehungsweise als Adventure-Map, könnte ich mir das doch durchaus vor. Weißt du, wenn jetzt hier noch hier, und dann springst du hier rüber, und dann musst du hier noch irgendwie weiter. Ich meine, das ist auch, das macht unendlich Spaß, das gerade hier einfach nur durchzulaufen. Oder vor, hier wäre es wieder ein Jump'n'Run, und dann kommst du irgendwie hier hoch, und dann kannst du von hinten auf den Bildschirm drauf. Oh Mann, das ist echt, das hat Potenzial, finde ich. Aber ich denke, es gibt auch schon einige, hui, das war auch knapp, es gibt wahrscheinlich auch schon einige Adventure-Maps, die genauer darauf basieren. Und dann gut, dann sage ich eben diesmal schon nach 10 Minuten, total krass, ich renne jetzt hier mal noch ein bisschen auf der Strecke entlang, und wir fahren die einfach mal nochmal hier im Minecar so entlang. Sehr gute Arbeit, wirklich, diese Map war jetzt eigentlich genauso genial wie die letzte, weil das letzte Mal war unsere einfache Aufgabe, fallen. Und dieses Mal war unsere einfache Aufgabe, bleib im Minecar. und sie erstaunt zu, wie viel, und das ist wieder Kunst mit Wasser, wie viel krasse Sachen man damit bauen kann. Ich meine, dieser Tisch hier, das ist Wasser, nehme ich an, oder? Ja, das ist Wasser. So was geht, weil man in Minecraft das Wasser wirklich so bearbeiten kann, bis es so Sachen macht. Allerdings, und das muss ich mal hier dazu sagen, ist so was unendlich schwer. Das ist wirklich, diese Dinger hier, ich will nicht wissen, wie lange er daran gesessen hat. Also das ist wirklich, sogar den Vorhang hat er drin. Das ist so krass, so was würde ich niemals so getreutreue nachbauen können. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz gut, dass ich keine solche Map baue. Nun gut, dann haben wir jetzt hier eben heute eine ganz kurze Inspiration gehabt. Wir haben hier Glas, ja, damit Licht reinkommt. Draußen wird es dunkel und das passt mir jetzt gerade auch sehr gut. Denn ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Das war mal eine ganz alternative Adventure Map Folge und das nächste Mal geht es dann vielleicht mit einer ganz normalen Adventure Map weiter. An dieser Stelle dann auch zuletzt nochmal die Erinnerung, wenn ihr coole Maps kennt, coole Adventure Maps, die über das Minecraft Forum zum Beispiel verfügbar sind, dann schickt sie mir oder beziehungsweise sagt mir den Namen in den Kommentaren oder gerne auch per PN und dann suchen wir mal, ob wir das nächste Mal die von euch vorgeschlagene Map zocken. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!